hallo zusammen freut mich dass ihr wieder dabei seid ich hoffe euch geht es gut frohes neues jahr erstmal das ist das erste video und 2023 ich freue mich schon dieses jahr wird hoffentlich wieder ein tolles jahr wenn es um elektroautos geht und hoffentlich auch für mich wenn es um videos und tests und so weiter geht vielen dank fürs letzte jahr gibt den kanal gibt es erst seit ein paar monaten auf deutsch vorher nur in englisch jetzt jedes video in beiden sprachen ja doppelte arbeit aber es macht auch spaß heute bin ich hier weil ich will euch johnny zeigen johnny ist eine webseite oder eine app wo daten eures autos aufgezeichnet werden und verschiedene hersteller werden dort unterstützt unter anderem auch volkswagen mein id3 volta und bis id software 2.4 wurde nur der ladezustand aufgezeichnet sowie das laden ob man ac oder dc geladen hat und wie viel kilowattstunden das man geladen hat aber mit id software 3.0 dass ich ja jetzt habe video gab es übrigens hier von meinem over there update dass ich jetzt ein bisschen über woche habe und mit id software 3.0 wird mit der wie connect id app und dann auch zu johnny wird der standort des autos übertragen und ganz wichtig auch der kilometer stand und damit kann johnny nun auch trips speichern das heißt man kann einstellen dass das gespeichert wird und ich weiß immer jeden tag okay ich bin jetzt hier in die arbeit gefahren so viele kilometer dadurch wird berechnet ich von 80 prozent bis 60 also hatte ich einen ungefähren verbrauch von da 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 kilowattstunden auf 100 kilometer und wenn ich mal eine weitere strecke gefahren und so weiter und jedes mal beim laden wird auch gespeichert wie viel ich geladen habe und das ist wirklich ganz toll und funktioniert ganz super und wie gesagt mit id software 3.0 noch viel mehr daten die andere hersteller sowieso übertragen aber bei bei volkswagen ist das eben jetzt neu dazugekommen und ich zeige euch am schluss dann was ihr machen müsst im auto dass das auch funktioniert weil das nicht von haus aus funktioniert aber schauen wir uns schon mal an dann gehen wir mal hier auf die webseite das ist schon natürlich gibt es doch als app auch das zeige ich euch sofort und hier im dashboard also im überblick sieht man eben wolter mein id3 ist geparkt hat im moment 66 kilometer reichweite bei 26 prozent weil ich von der arbeit heim gefahren bin und arbeit ist alles bergauf deswegen ist mein verbrauch ein bisschen höher und meine anzeige der reichweite ist sehr gering und ich sehe auch meinen kilometerstand hier könnte ich sehen was mein letzter trip war und hier sehe ich ersparnisse in co2 meine letzten fahrten das ist im bereich hier vom 28 12 bis 31 ersten wird das jetzt genau angezeigt meine fahrten meine ladungen und so weiter und ich kann jetzt zum beispiel hier in die ladungen reingehen sie hier mein verhältnis bei diesen drei ladungen ac zu dc waren habe ich geladen am ersten ersten 23 1 uhr 12 von 43 prozent bis 80 prozent hat 29 minuten gedauert und das waren 19,31 kilowattstunden war ac geladen und diese 1931 werden rein berechnet sind keine anzeige ist kein strommessung sondern schon ein device mein id3 hat 58 kilowattstunden batteriekapazität ich habe angegeben er hat zehn prozent degradation das heißt es sind nur 52 kilowattstunden verfügbar und dann wird grob berechnet von 43 bis 80 prozent müssten das 19,31 kilowattstunden sein kapazität werden 42 kilowattstunden bei den 80 prozent hier die anderen zwei ladungen die man hier sieht da habe ich auf 100 prozent geladen da wären es dann 52 kilowattstunden sagt mir dann auch die reichweite bei diesem stand an eben 296 kilometer hier und hier 215 meine maximale lade power die ich da hatte 47 kilowattstunden das war dc und eben zehn kilowatt nicht stunden kilowatt und zehn kilowatt war zu hause ac und man könnte auch die kosten angeben zu hause alles ac heißt ich zahl das und das ein cent pro kilowattstunde das kann man alles eingeben und dann kann man monatlich herausfiltern lassen und hier eben die reichweite die das auto angezeigt hat und das ist schon toll haben hier wunderschönen unterschied zwischen sommer und winter sieht hier eben sommer noch viel reichweite ab november dann bis mai ist es weniger reichweite durchschnitt ist 304 kilometer da sieht man dann gut dann haben wir noch durchschnittsverbrauch der geht ja erst seit kurzem hier habe ich meine höchste ladeleistung die ich hatte man 130 kilowatt hier meine gesamte ac dc verhältnis 70 prozent ac 30 prozent dc ist natürlich nicht toll aber ich bin sehr oft weite strecken gefahren wo man halt nur dc ladet das ist natürlich nicht der hit dann gibt es auch fahrten hier wird dann eben jede fahrt gespeichert von wann bis wann was war der start ladezustand und ende wie lange hat es gedauert wie viel kilometer waren dass die kit die distanz jetzt mit kilometer tut er rein aus dem kilometer stand des autos raus dann die kilowattstunden berechnet er wieder und dadurch auch dann den durchschnittsverbrauch da kommt dann zum beispiel sowas wie vorheizen ist natürlich dann mehr kilowattstunden weil man mit 80 prozent begonnen hat aber eigentlich ist man nur ist man erst bei 77 prozent losgefahren zum beispiel auch durchschnittsgeschwindigkeit wird dann so berechnet und dass es sieben grad hatte und wie gesagt hier hinten sieht man dann auch von wo bis wo man kann sich das alles rausfiltern lassen und das geht dann auch mit einem kalender und hier sieht man wunderbar ich habe erst die software seit einer woche hier stehen dann meine chips wie viel ich gefahren bin und mein verbrauch und dann davor hier 24 und so weiter steht eben nur laden da und wenn ich zum beispiel nach zum märz gehe da war ich in wolfsburg bei bei vw hier am vierten dann sehe ich hier dass ich an dem tag 252 kilowattstunden geladen habe weil ich 700 kilometer gefahren bin und oft geladen habe aber das wird alles gespeichert automatisch kommt alles aus der we connect id app man muss also charity erlauben dass er sich da rein verbindet kann verschiedene einstellungen einstellen wie ihm das auto ist mit degradation und so weiter kann die kosten eingeben wie viel leasing habe ich wie viel versicherung und so weiter oder abzahlen von finanzierung dann kann man sich die monatlichen kosten herausrechnen lassen man muss auch nicht unbedingt einen volkswagen haben natürlich ist audi geht bmb zitren zitran cupra dacia ds fiat ford kommt bald wieder hundar jaguar kia mini mercedes kommt bald wieder opel oder mit obd2 geht es auch peugeot porsche renault sehr sehr skoda skoda smart tesla opel voxel volkswagen volkswagen id so wenn man ein golf hat dann das eine golf und volvo das ganze ist natürlich nicht umsonst man kann es zwei wochen lang kostenlos testen und schauen wie die funktionen sind wenn man das mit premium account benutzen will was ich zum beispiel mache dort hat man dann alle funktionen das intelligente aufzeichnung der vater je nachdem was der hersteller per app frei gibt man kann das mit ios oder android oder der webseite anschauen verwaltung der lade unterhaltskosten reichweite degradation und so weiter und dann gibt es noch den professional account mit dem kann man dann auch noch ein digitales fahrten buch gemäß nach anforderungen der finanzämter in deutschland machen das ist dann schon was tolles wenn man das nicht selbst aufschreiben muss sondern das alles automatisch gemacht wird solange natürlich kann man das dann wahrscheinlich festlegen wenn man diesen professional account benutzt was war eine privatsfahrt was war eine berufsfahrt die app gibt es dann natürlich auch hier haben wir dann die gleiche anzeige und ich kann die gleichen daten hier drin sehen natürlich kann ich mehr wie ein auto haben aber die die zahlen kosten die ich gerade aufgezeigt haben sind pro auto wenn man mehr eine auto benutzen will muss man auch mehrmals das zahlen und dort sieht man dann die gleichen funktionen die man in der webseite auch sehen kann wenn euch turnity interessiert ich habe einen referr link in der beschreibung wenn ihr den benutzt dann bekomme ich für jeden monat den ihr nutzt auch einen monat kostenlos und turnity zu nutzen das ist ganz nett wenn ihr das machen würdet vielen dank nun kommen wir aber zum wichtigsten wie könnt ihr das überhaupt benutzen mit eurem id so volkswagen id bis software 2.4 wurde nur der ladezustand und laden so ladedaten mit wie viel kw lädt man an turnity oder wie connect id besser gesagt übertragen und seit id software 3.0 eben auch der standort und auch der kilometer stand und für das müsst ihr in id software in den shop ihr müsst im shop wie connect plus und wie connect installieren vor allem wie connect wird dann der standort an die we connect id app übertragen dadurch auch an turnity und wenn ihr den kilometer stand auch wollt und dann die trips und den verbrauch auf den chips und so sehen wollt müsst ihr auch den fahrzeug service installieren im shop dort wird dann der kilometer stand an die app übertragen weil nur mit dem kilometer stand und wie alt das auto ist weiß dann die app hey du musst zum service und deswegen kann das tonity lesen und kann dadurch dann eben die ganzen fahrten speichern und berechnen aber das war es für mir vielen dank fürs zusehen noch einen wunderschönen tag ciao